hey leute willkommen zurück zu final fantasy 15 wir werden die hauptquests weiter spielen werden den ersten teil dieses spiels verlassen die ganze open world diese karte hier die wir jetzt schon seit part 1 bereisen nimmt jetzt heute sein ende und ja ich weiß wir haben noch einige sidequests die wir noch nicht erfüllt haben aber ganz ehrlich ich würde das hier lieber nicht in die länge ziehen ich meine wir haben jetzt genug gemacht wir haben fast alle dungeons gesehen guck mal wie viele dungeons das alleine schon waren hier da 1 2 3 4 5 6 7 sieben dungeons aber bereits ein hammer glaube ich nicht gefunden der war irgendwo bei der chocobo farm aber ja und den kanalitions dungeon haben wir auch nicht abgeschlossen aber da habe ich habe wirklich nicht gewusst wo wir lang mussten da habe ich wirklich keine luste also deswegen ja wir beenden diesen ort ja toll wir gehen ja jetzt super möchtest du mit dem boot nach altissa fahren nach dem ablegen lässt du los ist das erste hinter dir chocobos kehren automatisch zum verleihe zurück ja aber du kannst nämlich glaube ich ganz am ende kannst du wieder diese ganzen zeit kurz machen aber nur wenn du was spezielles machst darauf gehen wir dann ein wenn es soweit ist was wir nicht machen werden dieses spezielle werden wir nicht machen und ein und 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 Das ist jetzt schon ein sehr weirdes Gefühl, jetzt werden wir nicht mal mit dem Auto rumfahren Was wir jetzt schon die ganze Zeit machen Kochen wird jetzt, gekocht wird jetzt auch nicht mehr Diese ganzen Open World Sachen sind jetzt nicht mehr da, das ist Schau Prinz Arctus, auch der Marshal kam, zu sagen Tschüss Ich glaube, es ist jetzt schon wieder Ich habe gehört, dass die Regalia mit dir auf dem Boot geht Okay, vielleicht werden wir doch mal mit dem Regalia fahren Was ist das? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh für dein Vater Ich habe ein Wettbewerb, um zu schützen, aber ich war nicht stark genug, um es zu halten Ain't nothing nobody could have done to stop what happened Ja, ich habe das Aber du musst dich verstehen, was du sagen kannst, was du sagen kannst, was du sagen kannst Ich glaube. Selbst wenn sie nicht lösen deinen Problemen können, du kannst du was von ihnen entfernen. Es tut wie hell. Remember, die sind nicht deine Körper. Sie sind deine Brüder. Ich glaube, sie sind immer für sie. Du kannst nicht mehr Möglichkeiten haben. Hier, lernen Sie nicht nur die Weapons, sondern auch die Magie. Ich bin nur die Magie. Hier, wenn sie die Magie sind. Ich bin nur die Magie. Wie geht es? In der Zeitung! Sie sind die Magie. Wir brauchen unseren König! Ja! Spannend auf! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020